Hallo liebe UTHC-Mitglieder, ich bin die Dani. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist ziemlich viel in letzter Zeit auf der UTHC-Seite passiert. Neu ist jetzt auch unser UTHC-Radi. Ich weiß, du so lachst, jetzt muss ich auch lachen. Hallo liebe UTHC-Mitglieder, ich bin die Dani. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert auf der UTHC-Seite. Jetzt neu ist auch das UTHC-Radio. Unser! Hallo liebe UTHC-Mitglieder, ich bin die Dani. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist in letzter Zeit ziemlich viel passiert auf der UTHC-Seite. Jetzt neu ist auch unser UTHC-Radio. Ja! Was ist das UTHC-Radio, Schätzlein? Das UTHC-Radio ist eigentlich nichts anderes als unser neuer Channel, in dem wir unsere Musik hören. Und vergesst nicht die Lüsten. Was wolltest du mir sagen? Sag mal, hä? Was ist das UTHC-Radio? Das UTHC-Radio ist eigentlich nichts anderes als unser Channel auf dem UTHC, wo wir unsere Lieblingsvideos, die Musikvideos und du bist dran. Oh, was soll ich jetzt sagen? Was ist denn das UTHC-Radio? Das UTHC-Radio ist nichts anderes als unser UTHC-Channel auf YouTube. Denn jeder von euch schaut auf YouTube seine ganzen Lieblingsvideos, Musikvideos. Ich vergesse nicht die lustigen Videos. Die lustigen Videos, genau, die ihr euch immer anschaut, die auch wirklich zum Quietschen sind. Ja, und damit ihr auch wirklich nur noch eure Musik dort findet, eure lustigen Videoclips, haben wir diesen Channel eingerichtet. Und wie ihr das macht, das erzählt euch jetzt die Dani. Also, ihr geht jetzt einfach mal auf YouTube, gebt euren Suchbegriff ein. Wenn ihr das getan habt, dann sucht ihr euch, wenn es geht, das offizielle Video aus, das auch meistens in HD ist. Das heißt, das hat eine hohe Bildqualität. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann könnt ihr auch gerne Lyriks nehmen. Aber bitte achtet darauf, dass dahinter dann HQ steht. Das bedeutet die höchste Tonqualität. Und das ist natürlich für das UTHC-Radio auch ziemlich wichtig. Weil, wenn wir uns die Musik anhören, dann ist es natürlich immer am schönsten, wenn es dann auch einen schönen Klang hat und wir es genießen können. Und wenn ihr dann ein Video gefunden habt, dann klickt ihr drauf. Und unter dem Video kann man dann finden, mag ich hinzufügen und teilen. Dann klickt ihr auf Teilen und kopiert euch den blau markierten Link und fügt ihn in eure E-Mail ein. Sagt uns dann doch nur noch einfach in eurer E-Mail, um was für Videos sich handelt. Um Musikvideos oder um lustige Videos. Dann ist es für uns etwas einfacher, die Videos zuzuordnen. Wenn ihr das dann getan habt, dann schickt uns doch einfach eure E-Mail an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse. Nachdem ihr uns eure Links geschickt habt, werden wir sie in der dementsprechenden Playlist hinzufügen. Damit ihr euch sie anschauen könnt, geht ihr einfach auf die UTHC-Seite und klickt rechts im Menü auf Tennis, Sport, Spaß und mehr. Ich wünsche euch dann noch ganz viel Spaß mit unserem UTHC-Radio und freue mich schon sehr auf eure Videos. Tschüssi! Dann ist es für uns etwas einfacher, die Videos zuzuordnen. Wenn ihr das dann getan habt, schickt euch... Schickt euch! Schickt euch! Nachdem wir eure Links enthalten haben... Nicht enthalten! Enthalten! Nochmal! Oh Mann! Nachdem wir... Nein, nachdem... Nachdem wir... Das kann doch nicht so schwer sein! Wieso ist das so schwer? Das geht doch gar nicht! Bis bald! Und du bist so schwer bei mir. Also ganzentcede Kaspar! Schickt euch! Ja bisschen schön kommen! OderOSCAP! Surface-Radio hat gesagt! Das ist sprach! Vielen Dank.